... und die Richt dagegen erfolgreich vorzugehen. Selbst wenn sie so deutlich dokumentiert sind, wie im Film von Alexandra Ringling und Maike Rudolph. München, ein Polizeieinsatz wie dieser. Auch der Grund alltäglich, Ruhestörung. Ein Junge schreit laut herum, mitten in der Nacht. Eigentlich eine Lappalie, doch die Polizei rückt mit einem Spezialkommando an und greift mit drakonischer Härte durch, wie das Polizeivideo belegt. Ruhestörung in der Wohnung. Der Ruhestörer ist schnell gefunden. Ein 17-jähriger Junge, geistig behindert. Sechs schwer bewaffnete Polizisten in der kleinen Wohnung. Nun verliert der Junge erst recht die Kontrolle. Seine Mutter will schlichten, der Polizei mitteilen, dass der Sohn behindert ist. Doch statt zuzuhören, gehen die Beamten kurz darauf auch gegen die Mutter vor. Zuhörer! Es war schlimm, weil ich eigentlich gemeint habe, der will mir die Luft abdrücken. Ich habe also Angst gekriegt. Und ich habe wirklich keine Luft mehr gekriegt. Und jedes Mal, wenn ich es geschafft habe, meinen Kopf auf die Seite zu drehen, um nach Luft zu schnappen, hat er sofort wieder den Kopf rein. Nun will auch der Vater schlichten. Er ist fast blind, tastet hilflos um sich. Doch die Polizei wertet später seine ausgestreckten Arme als Widerstandshandlung. Ich habe dann meine Hände noch vor, weil ich bin ja blind, ich wollte mich vortasten. Und in dem Moment, wo ich meine Hände noch vorne habe, habe ich zwei Schläge auf den Kopf gespürt und bin auf den Boden gelegen. Nach dem Einsatz muss Werner Zalut vom Arzt behandelt werden. Er attestiert Abschürfungen und Prellungen im Kopfbereich. Die Familie stellt Anzeige gegen die Polizisten. Doch statt einer Entschädigung kommt eine Gegenanzeige. Unzulässiger Widerstand gegen die Polizei, so nun der Vorwurf. Offenbar ein Automatismus bei Vorwürfen gegen die Staatsmacht. Opfer werden einfach zu Tätern gemacht. Der Polizist muss ja nachweisen, dass er mit Recht die Gewalt angewandt hat. Und das tut er, indem er sagt, der Betroffene hat Widerstand geleistet. Um den Widerstand zu brechen, war diese Gewaltanwendung erforderlich. Das bedeutet, damit ist er rechtlich aus dem Schneider. Für das Opfer, den Betroffenen, bedeutet es aber, er oder sie ist mit einer Anzeige wegen Widerstands konfrontiert. Bitte, es tut mir leid. Bitte. Der Rechtsstaat bleibt gnadenlos. Die Klage gegen die Polizei wird abgewiesen. Vater Zalut dagegen muss eine Geldstrafe zahlen. Panorama bittet die Staatsanwaltschaft München mehrfach um ein Interview. Abgelehnt. Die Begründung für das Schweigen klingt zynisch. Man wolle dem verurteilten Vater die Chance zur Resozialisierung lassen. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, sagt man. Staatsanwälte zeigen jedenfalls überraschend oft milde, wenn Polizisten angezeigt werden. 97 Prozent von ihnen kommen ohne jede Anklage und Strafe davon. Ganz normal, findet der zuständige Innenminister in Bayern. Bei drei Prozent der Polizisten kommt es nur zur Anklage. Sie können doch nicht aufgrund von Prozentzahlen automatisch rückschließen, dass das nicht in Ordnung wäre. Wir haben hier eine erheblich erhöhte Einstellungsquote im Vergleich zu sonstigen Strafverfahren. Egal, ob man sie jetzt insgesamt betrachtet oder zum Beispiel einfache Körperverletzungsverfahren betrachtet. Auch Polizisten machen Fehler. Das ist normal. Aber sie müssen besonders wenig Angst vor Strafe haben. Viele Polizeiskandale gab es schon in den letzten Jahren. Dann immer Empörung und das Versprechen der Politiker auf Besserung. Das Ergebnis meist sogenannte interne Ermittlungsstellen. Auf Deutsch, Polizisten sollen gegen ihre eigenen Kollegen ermitteln. Ich meine, dass die institutionelle Nähe, Polizei ermittelt gegen Polizei, ein Problem darstellt. Weil auch dann ist es so, dass gegen Kollegen ermittelt wird und dass man eben mit Beschuldigten zu tun hat, für die man eher Verständnis aufbringt. Auch die Dolmetscherin Elena Schellhaas wurde Opfer von Polizeigewalt. Vor einem Jahr wurde sie in München zum Übersetzen in die Polizeiwache gerufen. Die Tatverdächtigen dort zwei Rumänen. Doch in der Wache dann eine tragische Verwechslung. Die Polizisten halten sie nun für eine Komplizin der Rumänen und werden wütend, weil sie das bestreitet. Dann hob er mich hoch, haute mich gegen die nächste gegenüberliegende Wand. Sie müssen sich vorstellen, das war ungefähr drei Meter breit nur, dieser Raum. Aber mit so einer Wucht. Dreimal haut der Polizeibeamte sie mit dem Kopf gegen Türpfosten und Wände. Sie bekommt Panik, Todesangst, muss auf die Toilette, doch man lässt sie nicht. Und erst als ich mich benestet habe, durfte ich das Toilette. Das ist eine Erniedrigung ohne Ende. Und das wussten die. Die wollen mich einfach nur erniedrigen. Die Dolmetscherin geht dann ganz korrekt vor, lässt ihre Verletzungen vom Arzt dokumentieren, stellt eine Anzeige bei der Polizei und schaltet eine Anwältin ein. Trotzdem ist die Staatsanwaltschaft dann ohne weitere Ermittlungen davon ausgegangen, dass hier den Angaben der Polizeibeamten zu glauben ist, nämlich dass Frau Schellhaas ohne jede Veranlassung aus eigenen Stücken gegen die Wand gelaufen ist. Vor Gericht behaupten tatsächlich alle Polizisten, die 60-Jährige habe sich selbst verletzt. Einstellung des Verfahrens. Und sie erklären das Opfer zur Täterin. Sie hätte die Polizisten angegriffen. Es war eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ich wurde zu einer Strafe, Geldstrafe verdonnert. Und ich wurde in fünf Punkten angeklagt, dass ich die Polizisten verletzt habe. Den einen sollte ich Rippen gebrochen haben, den anderen gekratzt. Diesmal scheitert der Staatsanwalt mit seinem Antrag auf Geldstrafe. Einstellung, aber kein Freispruch für das Opfer. Wieder kein Interview. Und wieder der Verweis auf angebliche Resozialisierungschancen der Dolmetscherin. Versagen des Rechtsstaats. Dabei ist eine Lösung naheliegend. Statt interner Ermittler müssten unabhängige Stellen eingeschaltet werden. Unabhängige Beschwerdeeinrichtungen, das zeigen auch die Erfahrungen im Ausland, eröffnen den Betroffenen einen zusätzlichen Weg, die eigene Sicht der Dinge untersuchen und überprüfen zu lassen. Doch die Reaktion der Politiker auf Polizeiskandale wiederholt bekannte Fehler. Bayern richtet gerade eine weitere interne Ermittlungsstelle ein. Polizisten sollen ihre eigenen Kollegen in den Knast bringen. Das eigentliche Kernproblem ist ja, dass ein Polizist gegen den anderen ermittelt. Wie lösen Sie dieses Problem? Diese zentralen Ermittlungsstellen arbeiten hier völlig selbstständig. Das Problem, dass Kollegen sich mit der Arbeit von anderen Kollegen beschäftigen müssen, haben wir in unserem Leben überall. Es müssen ärztliche Kunstfehler von anderen Ärzten begutachtet werden. Haben wir immer so gemacht, machen andere auch so. Eine bequeme Lösung, wenig Hoffnung für die Opfer. Amen. Vielen Dank.